In Sunnydale zur Schule zu gehen, kann die Hölle sein. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Buffy, die Vampirjägerin. Und wer bist du? Vampirjäger zu sein ist niemals einfach. Klar, Kent geht sogar arbeiten. Ich verlange nur ein Date. Aber Buffy und ihre Freunde... Du bist die Jägerin und wir sind deine treuen Gefolgsleute. ...sind alles, was zwischen uns und dem Bösen steht. Du kriegst das ohne mich nicht hin. Ich hab keine Angst. Wenn das Böse auftaucht, dann finden wir es, du schlägst zu und die Party kann steigen. Buffy im Bann der Dämonen. Die sieben Seasons der Kultserie. Mit coolem Bonusmaterial, den Interviews der Schauspieler und natürlich mit jeder Menge Vampirjäger-Spaß. Na los doch. Hol dir die Action. Hol dir das Abenteuer. Klingt ja echt vielversprechend. Hol dir die DVDs. Buffy! Na, das war doch sehr witzig. Buffy im Bann der Dämonen. Alle sieben Seasons der Vampir-Kultserie. Jetzt im neuen Look. Ich bin Buffy und du bist geschehen.